hallo hier ist das team vom supportnet und heute zeige ich euch ein weiteres youtube programm von free studio dvd videosoft dazu gehen wir in die kategorie youtube rein und nehmen uns heute den free uploader vor facebook vor mit diesem programm könnt ihr videos an facebook senden das heißt ihr braucht nicht auf facebook gehen und dann die videos hochladen einzeln sondern ihr könnt jetzt hier einfach mehrere videos auswählen beschreibung titel dazu und dann hochladen das machen wir jetzt mal datei hinzufügen wählen wir eine von uns jetzt mal aus nehmen windows 8 der nützliche rechtsklick und schon wird es hier oben angezeigt die dauer und jetzt können wir natürlich noch den titel ändern und die beschreibung sollte natürlich prägnant alles sein ihr müsst dabei beachten wenn die videos hochgeladen werden dann auch nur in der einer bestimmten reihenfolge und zwar von oben nach unten das heißt gebt ihr hier zum beispiel zehn videos an so wird immer erst das erste hochgeladen dann das zweite und so weiter möchtet ihr das ganz dringend erst das eine hochgeladen wird dann könnt ihr diese reihenfolge mit diesen fall tasten ändern gut natürlich müsst ihr noch bei konto ändern reinklicken und euch mit euren facebook account anmelden weil sonst weiß das programm nicht wo es was hochladen soll gut bei den optionen könnt ihr noch ein paar sachen sagen wie zum beispiel das team bisher nur default oder ihr könnt die sprache ändern spanisch englisch deutsch wie ihr möchtet oder natürlich auf updates prüfen gut das war es auch schon also wenn ihr mehrere videos habt die ihr gleichzeitig hochladen möchte dann macht das mit dem programm so und viel spaß beim ausprobieren